Nein, aber ich will nicht durch die SV-Papier-Tourische-Verein. Ne, durchs Wasser fährt er trinken im Wasser. Brownie hat da schon so Sachen getestet. Das Wasser fahr ich damit nicht. Aber also die Geländegängigkeit überrascht mich wirklich. Aber wir können Wasser ja mal testen. Ja, testen wir doch mal, wie sich Pferde im Wasser verhalten. Sie sterben instant. So, und das ist Ladebalken schuld. Er hat gesagt, sie soll ins Wasser fahren. Der Wagen selber, also das Holz scheint allergisch auf Wasser zu reagieren. Also Pferde und Holz oder das Wasser ist toxisch oder sowas. Oh Gott. Vielleicht haben die hier Chemieabfälle reingekippt. Das Holz ist von einem Moment auf den anderen ausgeblichen. Die Pferde sind instant umgekippt und sind verwest. Obwohl, ne, da sieht man noch eins. Das ist noch ein bisschen da. Ja, das war ja sehr schön. Dankeschön, Ladebike. Das war eine super Idee. Das ging aber ganz schön schnell. Also Wasser scheint nicht so das Wahre zu sein für Pferden. Ja, jetzt müssen wir zurück zum Stable Master. Fuck. Fuck.